Wenn ich jetzt... Das ist okay, guck mal hier. Finde ich eigentlich ganz okay sogar. Okay, da muss ich halt... Die muss ich wegreißen. Aber wenn ich das dann... Was soll das denn? Scheiße. Okay, ich muss da doch die Decke dann so hoch machen. Kann ich hier eben... So ungefähr. So, dann... So. Genau. Weil da müsste ich... Das so haben... Okay, das finde ich okay so, sogar. Wenn das so ist... Das finde ich sogar hiermit okay. Dann könnte ich nämlich hier... So zwei Fackeln hinmachen. Genau wie... Hier so. Ja. So finde ich es sogar okay. Aber wenn man hier so dagegen knallt. Aber das finde ich eigentlich ganz schön. Auch damit finde ich das ganz schön. Wenn das so aussieht. Es wird wieder Nacht, ne? Kann das sein? Oh ja, es wird wieder Nacht. Und das werden jetzt nur die Tunnel... Ich nenne das jetzt mal Tunnel. Zum Aufstieg... Hier oben hin zum Ausgang, sag ich mal, des Hafens. Und zum... Anderen... Bereich des Hafens. Also das wird noch nicht mal... Das fertige Ding sein. Und das wird sich wahrscheinlich auch noch ganz oft ändern. Denke ich mal. Tür zu. Es zieht. Peter! Es zieht! Was habe ich denn eigentlich noch? Ich habe sogar noch ein Schwert dabei. Das ist natürlich klasse. So. Dann gehen wir mal wieder weiter. Solange uns der Stein... äh, der Stein nicht ausgeht. Äh, baue ich auch noch da dran. Äh. Ich finde sogar... Ich könnte jetzt sogar schon... Och, Manu. Och, Manu. Alter, was ist denn jetzt los hier? Meine Fresse, gehen... Geh mir das auf den Sack. Och. Ich müsste eigentlich... Das müsste ich eigentlich jetzt schon haben auch. Ich müsste jetzt schon die Leiter haben. Und das wird auch mal spannend, wie das hier dann so... Wie ich das hier dann so mache. Ich gehe einfach mal ganz nach Hause eben. Weil da habe ich ja am meisten Holz. Und dann, äh, gehe ich wieder zurück. Einfach so. Ding. 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 So. Also, es könnte Gestalt annehmen. Ich bin jetzt zwar kein großer Profi-Bauer, sage ich mal so, aber... Ich glaube, das wird schon was. Ich glaube, ich glaube, das wird schon was. Davion und die Workbench. Werkbank. So, Holz. Da. Nein, Stöcke. Da. Ähm. So, den weg. Den weg. Wie ging das nochmal? Oh, wie ging das nochmal, eine Leiter zu bauen? Ah. Und das reicht sogar schon. Und sprinten. Gippie, jajaj. So. Gut, dann müssen wir halt einfach mal gucken, wie wir das machen. Jetzt da alles, ähm... Ich muss das ja auch zumachen, irgendwie, ne? Das ist ja... Äh. Habe ich die Stöcke mitgenommen? Jo, ich habe die sogar mitgenommen. Ach, kann... Ist ja kein Problem. Dann kann man sich Fackeln machen oder Werkzeug, wenn man nichts mehr hat. Ach komm, das reicht noch. Ehm. Das geht noch. Ähm. Da muss ich ja die Decke irgendwie zumachen. Also, da bin ich mal gespannt. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wie man sowas noch machen kann oder was man noch da hinbauen sollte. Ich weiß ja nicht, was alles so diesen Hafen... Also, ich wollte das so ein bisschen, Oblivion-like, so ein bisschen machen halt. Jetzt dieser Gang, der ist voll nicht Oblivion-mäßig. Aber... Man kann ja trotzdem alles versuchen, ne? Alles, was reinkommt. So, und hier baue ich dann ein Kämmerchen hin. Nur zum Schlafen. Ja, geht's. Sehr schön. Sehr schön. Was, wenn ich jetzt hier... ...was mache? Okay, das... Da muss ich noch überlegen. Guck mal. Komme ich von da jetzt auch da drauf? Na klar. So, den muss ich natürlich sofort wieder wegreißen. Der ist nämlich falsch gesetzt. Oh, mein Pflasterstein geht aber auch zur Neige dann irgendwann. So. 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 Wo ist das denn? Da muss ich noch mal eine Wand hinsetzen. Das muss ich natürlich auch zumachen. Da muss ich halt überlegen, ob ich das dann mit Erde mache oder so. Ne, das wollte ich doch extra so machen. So. Hier sind jetzt zwar verschlüsselte Gänge so ein bisschen, aber ich finde... ne, da nicht rein, da nicht rein. Huch, da wird's jetzt dunkel. Dann muss ich mir halt überlegen. Ja, das wird die Wand. Das wird die Wand. So. Und mein Cobblestone ist nachher weg. Dann mach ich da auch nochmal eben hier weg. Dann wird die Wand nämlich hierhin gemacht. Das könnte ich, den Stein kann ich dann auch wegmachen. Das könnte ich, den Stein kann ich dann auch wegmachen. Und dann hier Kobbel hinmachen. So. Habe ich doch dann so ein kleines Reich erschaffen. Und hier kann dann ein Bett hin. Ausgeleuchtet ist es. Genau. Oh, es wird wieder Nacht. Gut, weißt du, dann mach ich nämlich auch... Ich laufe jetzt eben schlafen. Dann mach ich auch eine Aufnahmepause. Wieder mal. Und dann einfach mal schauen, was wir dann beim nächsten Mal so bauen. Na, wie wir das dann beim nächsten Mal weitermachen. Ich finde, es nimmt ein bisschen Gestalt an sogar, der Weg. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm... Macht Spaß. Muss ich sagen. Also so ein Teil zu bauen... So ein Ding da zu bauen, ist schon hammerfett. Und ich geh da mal eben hin. Nochmal eben. So. Also es nimmt ein bisschen Gestalt an auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei... Let's Play Minecraft Survival. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Musik